Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laren, schon wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aktuell aus dem Handelsposten bekommen und zwar haben wir hier einmal Kleiderpuppenzauber und was macht das? Verwandelt den Zaubernden in eine Kleiderpuppe aus dem Handelsposten und das Ding hat 10 Minuten Abklingzeit. Wir können es einmal einsetzen und ihr seht, jetzt bin ich hier so eine Puppe, ich kann mich auch drehen, aber ich kann mich leider nicht bewegen. Es wäre sehr cool, wenn du mit dem, mit diesem Holzding hier rumlaufen könntest, leider geht das nicht und so wie ich das sehe, hat man auch jetzt kein Gier an. Also man ist so eine Puppe wie hinten auch, wo man dementsprechend die verschiedenen Klamotten sieht, die man im Handelsposten in dem Monat kriegen kann. Sieht schon sehr nice aus, muss ich sagen und ja, hat hier 5 Minuten einen Buff drauf, da steht auch dran, stillhalten, also ihr könnt euch nicht bewegen, außer einmal ein bisschen drehen und ja, mehr macht das Ding tatsächlich nicht, ist ein ganz witziges Gimmick. Jetzt klicken wir es uns weg, wo kriegt ihr das Ding her? Und zwar kriegen wir das aktuell im Handelsposten. Wir können das kaufen unter hier Fire, also das sind so Extra-Items und das hat tatsächlich nur 10 Gold, äh 10 Gold sag ich, 10 von den Händler-Devisen gekostet, relativ wenig. Und das Ganze ist jetzt drin im Februar 2024. Falls ihr jetzt schon das Video erst schaut, wenn das Ganze rum ist, die Sachen kommen immer wieder rein in den Handelsposten, also die wiederholen sich. Hier unten seht ihr dann immer die Sachen, die zurückgekehrt sind. Heißt, ihr könnt immer mal wieder in den Handelsposten reingucken, ob das dementsprechend wieder dabei ist. Dazu mache ich aber auch immer regelmäßig Videos und zeige die Items, die drin sind. Meistens kombiniert mit einem Mountguide, weil ja eigentlich fast jeden Monat ein neues Mount mit dabei ist. Diese Händler-Devisen könnt ihr übrigens holen, indem ihr hier die Kiste aufmacht und zuvor einen Balken auffüllt. Und dafür müsst ihr alle möglichen Aktivitäten erfüllen. Die switchen tatsächlich immer durch, sind aber sehr viele leichte Sachen dabei, die ihr eigentlich fast alle solo machen könnt und den Balken aufzufüllen ist meistens nicht das Problem. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Falls ihr jetzt den Handelsposten gar nicht kennt, der befindet sich in SW auf den Koordinaten 51, 71 und für die Hordler ist er in Ogrimmar hier auf die Koordinaten 48, 75. Das sieht man auch mit einem großen Symbol einmal auf der Map und der Inhalt im Handelsposten ändert sich jeden Monat. Heißt, am ersten eines jeden Monats gibt es neues Zeug rein und am letzten jedes Monats verschwindet es dann halt wieder und ändert sich zum nächsten Monat zu neuem Stuff. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Toyguard. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!